Aktuell läuft der Singfield Cup 2024 eines der stärksten Schachtturniere überhaupt. Mit von der Rolle sind Ex-Vize-Weltmeister Jan Nepomniacci, Fabiano Caruana, auch Ali Reza ist dabei und Weltmeister Ding Li Ren und seine Herausforderer Kukic, die sich gleich in der ersten Runde duellieren werden. Ganz wichtig ist das, denn im Dezember 2024 duellieren sich beide Spiele um die Weltmeisterschaftskrone. Wie diese Partie ausgeht, werden wir gleich analysieren. Viel Spaß in dem Video. Es ist auf jeden Fall für die Psyche auch ein sehr wichtiges Duell, denn es ist wahrscheinlich das letzte Duell, was vor der Weltmeisterschaft zwischen den beiden stattfinden wird. Und wer hier punktet, gibt auf jeden Fall schon mal ein Statement von sich. Aktuell ist ja Gukic so der Superstar, der das Kandidatenturnier Souvering gewonnen hat mit einem Plus-4-Score. Das heißt, er hat 4 Siege weniger als 50%-Score. Das heißt, er hat 4 Siege mehr als Remis. Ich glaube, ich habe das ganz okay erklärt. Und ja, Ding Li Ren, der so ein bisschen sein Formtief hatte nach dem Weltmeisterschaftssieg gegen Janja Pomniaci, wo er nicht mehr wusste, ob er überhaupt nochmal antreten wird. Aber er hat sich dazu beschlossen, wieder anzutreten. Und ja, mal schauen, wie er sich gegen Kukic jetzt schlägt mit den weißen Steinen. Natürlich ein bisschen im Vorteil, auf dem Niveau sehr minimal. Er öffnet hier mit dem Zug E4, was sehr ungewöhnlich für Ding Li Ren ist. Also, ich bin da auch gespannt, was denn passiert. Ding Li Ren ist eigentlich für Eröffnungen wie Springer F3, C4 oder D4 bekannt. E4 ist eigentlich nicht so seine Spezialität. Vielleicht will er auch ganz wenig zeigen von seinen Vorbereitungen, denn ich glaube nicht, dass sie noch nicht angefangen haben, sich für so einen wichtigen Kampf vorzubereiten. E4 ist so seine Wahl gewesen. Und Kukic spielt jetzt den Zug E5. Ich denke mal, Kukic wird hier schon sehr überrascht sein von Ding Li Rens Anfangszug. Ja, ich glaube, Kukic selber spielt schon öfters den Zug E4, E5. Ist mit diesen Stellungen sehr, ja, sicher. Spielt jetzt nach Springer F3 den Zug Springer C6. Und Ding Li Ren entscheidet sich nicht für das Spanische, was man auch manchmal oder öfters von Großmeistern sieht, sondern für die italienische Eröffnung. Sehr, sehr spannend, wie er damit jetzt umgeht. Und nach Läufer C5, ja, gibt es hier zwei Optionen. Entweder Lohade, okay, es gibt mehrere Optionen, Lohade, C3, es gibt auch D3. Es gibt auch verschiedene Gamets, wie das Evans Gamet mit B4. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber was viel interessanter ist, finde ich, ist der Zug C3. Denn beispielsweise nach Springer F6 kann man hier den Zug D4 spielen. Man greift gleich das Zentrum sehr konkret an. Nach E-Schlägt D4 kann man jetzt den Zug E5 machen, greift den Springer an. Und nach dem Zug wie D5, ein Gegenangriff auf den Läufer, der Zug Läufer B5, Springer E4, C-Schlägt D4. Und wir haben hier so eine Stellung, wo Weiß, was ich sehr schön finde, das stabile Zentrum hat, mehr Raum und Königsflüge hat durch diesen Zentrumsbauern. Und ja, dafür muss er ein bisschen aufpassen. Der D4-Bauer ist nicht ganz sicher, muss auf jeden Fall gedeckt werden, aber kann ausreichend gedeckt werden. Ja, der warze Springer steht hier eigentlich ganz schön. Jedoch kann er auch leicht vertrieben werden. Also es ist eine sehr spannende Stellung für beide Seiten. Und ich denke aber, dass hier Weiß auf so Amateur-Niveau das einfache Spiel hat. Ja, auf großartigem Niveau wird das sehr ungern gespielt, weil das auch sehr viele Risiken mit sich bringt. Deswegen spielt erstmal Dingle-Ren ganz prinzipiell die kurze Ruhade. Und das Springer E5, jetzt den Zug D3. Er entscheidet sich für ein sehr ruhiges System, was auch sehr üblich ist auf diesem Niveau. Dingle-Ren ist jetzt auch nicht bekannt für das schärfste Spiel, muss man sagen. Also gerade aus Öffnungen bringt er jetzt nicht die krassesten Ideen raus. Nach D3, D6 und C3 sieht es jetzt schon so aus, dass Weiß hier gleich im Zentrum zuschlagen wird mit dem Zug D4. Jedoch muss er aufpassen, dass der Bauer nicht am Ende hängt. Jetzt spielt erstmal Gukash den Zug A5. Warum A5? Naja, D4 ist nicht die einzige Idee in solchen Strukturen. Es gibt auch die Idee mit B4, A4 Raum am Damenflügel zu gewinnen und hier schon mal Druck zu machen. Deswegen spielt hier Gukash, weil er mit diesen Stellungen kompatibel ist, den Zug A5 und nach Turm E1 kurze Ruhade H3. Verändert hier diese Fesslung, ganz üblich und normalerweise spielt hier auch schwarz den Zug H6. Hier spielt aber Gukash den Zug Läufer E6. Ist jetzt kein schlechter Zug oder so, aber jetzt vielleicht nicht ganz üblich. Erlaubt zwei Läufer G5, aber droht doch erstmal den Zug Läufer schlägt C4. Der Läufer macht nicht viel auf C4, denn er schaut zwar auf diesen F-Symbol und steht auf diese Diagonale ganz gut. Dennoch ist so ein Zug wie H6 öfters gesehen. Auf Läufer E6 kommt erstmal der Zug Läufer B5. Und Läufer B5 zeigt schon die Idee, er will jetzt hier auf C6 nehmen und den Zug D4 spielen, die Struktur verschlechtern und ja, sagen wir jetzt kommt jetzt H6, dann könnt ihr hier auf C6 nehmen, den Zug D4 spielen. Und ja, der Schwarze hat hier so ein bisschen Probleme. Wenn er jetzt zurück geht, verliert hier einfach den Bauern und hat hier eine schlechte Struktur. Und wenn er jetzt nimmt, hat Weiß hier das sehr starke Zentrum, kann hier den Zug Springer C3 spielen. Und ja, der Schwarze steht hier ein bisschen eingedrängt. Deswegen spielt er hier, um hier aus dieser Stellung rauszugehen, den Zug Läufer A7, aus dieser Drohung rauszugehen. Denn jetzt, auf Läufer C6, B, C6, D4, hängt nicht mehr der Läufer auf C5, also auch sehr, sehr logisch der Zug. Und man will hier nicht nehmen auf D4, weil sonst wieder das Zentrum zu stark ist. In solchen Stellungen lässt man gerne stehen und behält hier seine Bauernkette und kann hier beispielsweise jetzt den Zug H6 spielen. Sehr, sehr interessante Ideen. Hier spielt aber den Zug Läufer E3, was jetzt auch nicht ganz üblich ist, den Läufer C1 rauszutun. Öfters gesehen ist in diesen Stellungen der Zug Springer D2. Den Springer nach F1 und G3 zu manövrieren, den Bauern hier zu decken und dann den Läufer rauszuziehen, ist so der eigentliche Plan. Wir können hier mal so eine Zugfolge anschauen. Springer D2, jetzt ist der eigentliche Zug vom Schwarzen Springer E7, denn er will auch diesen Zug D5 durchdrücken, ohne dass er hier einen Doppelbauern kassiert. Beispielsweise, wenn er jetzt den Zug D5 spielt, kann man hier auf D5 nehmen und dann hat man hier diese schlechte Struktur, was man nicht erlauben will, weil diese Bauern einfach sehr isoliert sind, sehr schwach, der E5 fängt. Also es funktioniert noch nicht. Man spielt hier eigentlich auch diesen Zug Springer E7, bringt den Springer nach G6, um diesen Bauern hier zu decken und will dann langsam mit C6, D5 hier das Zentrum anfechten, beispielsweise Springer F1, C6, Läufer A4. Hier kann man sogar Raum am Damenflügel gewinnen, Läufer C2 und A4. Der Weiße spielt jetzt den Zug D4, tut mir leid. Und jetzt der Zug Springer G6, den Bauern hier zu decken auf E5, Springer G3. Und wir haben hier so eine ruhige Stellung, wo hier Weiß mehr Druck auf den Zentrum hat. Dafür hat Schwarze F1 Raum am Damenflügel, spielt hier vielleicht im nächsten Zug den Zug Läufer B6 und dann C5, um das Zentrum anzugreifen, die Turmlinie hier aufzumachen und es ist einfach eine sehr offene, ausgeglichene Stellung. Hier spielt aber den Zug Läufer E3, jetzt nicht ganz üblich. Nach Läufer steckt E3, Turm steckt E3, Springer E7. Spielt hier den Zug D4, greift den Bauern an und der Zug Springer G6. Jetzt haben wir hier das Problem, was ist das Problem? Der Springer steht noch auf B1. Normalerweise steht er in diesen Stellungen schon auf G3, ohne dass Schwarz wirklich viel hat. Okay, wir haben gesehen, er hat hier ein bisschen Daumen am Damenflügel, aber es war jetzt nicht so dramatisch, dafür fände ich den Springer besser, aber er hat sich für diese Stellung entschieden, hat er auch bewusst gemacht. Spielt jetzt prophylaktisch den Zug Läufer F1. Was heißt das? Er verhindert, dass hier der Zug C6 und D5 mit Tempo kommt. Schwarz muss hier unbedingt was machen, denn sonst hat hier Weiß das starke Zentrum und Schwarzplan beruht darauf, den Durchbruch auf D5 zu gelingen. Und deswegen spielt er hier, also plant hier den Zug C6 zu spielen und auch Läufer F1 den Zug D5. Hier spielt Dingle dann gleich den Zug D5, Läufer F1 und Gukic spielt jetzt den Zug D5 direkt. Das vermeidet jetzt für Weiß, dass er nicht den Zug C6 gemacht hat, dass das Zentrum noch stärker ist, denn nach D5 hat er jetzt die Zeit, Springer BD2 zu spielen. Und ja, jetzt entschied sich, Gukic den Bauern auf E4 zu nehmen. Wir haben hier einen Abtausch. Er nimmt aber nicht auf E4, sondern auf E5. Denn dieser Bauer hängt erstmal und nach Springer schlägt E5, D schlägt E5, Springer schlägt D2 und Dame schlägt D2. D2 hat hier, ja, Dingle dann keine Bauern mehr, aber eine angenehmere Stellung finde ich, denn irgendwie steht der Läufer auf E6 ziemlich, ziemlich schwierig. Die Stellung ist leicht besser für Weiß einfach dadurch, dass der Läufer hier in dieser Kette drin steht und normalerweise will man seinen Läufer auf einer anderen Farbe haben als die Bauernkette. Die Bauernkette ist aber eventuell hier auf Weiß. Gukic probiert hier natürlich den Zug D4 durchzuziehen, aber Weiß hat hier ein sehr einfaches Spiel. Er spielt den Zug Turm G3, vielleicht Dame H6. Also wir sehen jetzt hier den Zug Turm G3 und jetzt kommt schon der Zug D4. D4 macht schon an sich Sinn prinzipiell, denn der Läufer will nicht auf seine eigene Bauern schauen. Hier aber ist es vielleicht etwas riskant, denn der Bauer kann auch sehr, sehr schwach werden. Hier hätte Weiß die Möglichkeit gehabt, eine sehr, sehr angenehme Stellung zu erreichen mit dem Zug Dame H6, was er auch gezogen hat. Aber nach G6 hat er hier die Möglichkeit, diese Stellung einfach weiter zu verbessern. Er steht hier auf jeden Fall besser. Wenn wir hier mal die Figuren sehen vom Weißen, die Dame steht aktiv, der Turm steht aktiv, der Läufer steht noch nicht ganz so aktiv, aber kann hier schnell mit Läufer D3 aktiviert werden, was wir gleich in der Partie sehen werden. Beziehungsweise ist Läufer D3 der Zug, den er gemacht hat und auch irgendwie der Fehler hier. Warum? Gehen wir auch gleich darauf ein. Denn nach Läufer D3 gibt es hier die Möglichkeit, C4 zu spielen. Aber was besser gewesen wäre, ist der Zug Turm E1. Einfach noch seine passivste Figur, ganz logischerweise, zu aktivieren. Und wenn jetzt beispielsweise Schwarzen Bauer nimmt auf C3 und B schlägt C3, ist hier schon ein total gefährlicher Angriff in sich. Denn es droht H4, H5. Der Läufer will nach D3. Der Turm kommt auf E3. Die schwarzen Felder sind hier sehr schwach. Das heißt, es gibt Pläne wie Turm E3, Turm F3, Turm F6. Und es ist für den Schwarzen nicht so einfach. Sollte er jetzt den Zug König A8 spielen, um aus dieser Linie rauszugehen, spielt man hier H4. Und nach damit C7, H5, hat hier der Schwarze total Probleme. Also es ist gar nicht so leicht. Also wenn man hier probiert, die schwarze Stellen zu sehen, wir können auch mal das Brett drehen. Was ist der schwarze Plan hier? Es ist total schwer. Er könnte hier die Bauern vorziehen, aber er ist total unterentwickelt. Die Türme haben kein logisches Feld. Die schwarzen Felder sind unglaublich schwach. Und wenn man jetzt beispielsweise den Zug hier H5 macht, äh, B5 und dann H5 folgt. Ich drehe mal wieder das Brett um. Es sucht H-G6, F-G6 und Turm schlägt G6. Und ja, B5 geht noch nicht mal. Ist auch noch ein Problem. In der Stelle, dass der Läufer auf F1 dieses Feld hier deckt und diesen Vorschub dieser Bauern, von diesen Bauern verändert. Also hier hat auf jeden Fall weiß wirkliche Chancen nach damit C7, H5, Turm G8 und Läufer D3. Gewinnt auch einfach hier forcierten Bauern. Das ist, beziehungsweise, ja gut, Läufer F5 geht auch nicht. Läufer beispielsweise in dieses Matt hier rein. Also, total schwierige Stellung. Überraschenderweise hat sich Dingle-Dren gegen diese Stellung entschieden und spittiert den Zug Läufer D3. Und der Zug ist schon sehr, sehr fragwürdig. Denn hier erlaubt er wirklich, Schwarz zum Spiel zu kommen. Und ich frage mich, warum es Dingle-Dren gemacht hat. Hat das gesehen, dass hier der Zug C4, Läufer E4 und D3 kommen kann? Weil jetzt sieht es wirklich so aus, als hätte Schwarz genug Gegenspiel. Wodurch sich auch Dingle-Dren zu einer ganz einfachen Abwicklung entschieden hat. Was mich einfach wundert. Denn, warum geht man in so eine Stellung? Dann dachte er, kriegt den Bauern auf B7. Denke ich mal nicht, weil nach Turm B8 kommt der Turm in die weiße Stellung rein. Und es ist gar nicht mehr so einfach, zu sagen, dass hier weiß besser steht. Und es ist auch nicht mehr einfach, hier einen Turm ins Spiel zu bringen, weil der Bauer schon ziemlich stark ist und nach D2 so der Turm irgendwie auf der Grundlinie bleiben muss. Es ist nicht leicht, den Turm auf diese Reihe zu bringen. Also für mich sehr, sehr fragwürdig, die Entscheidung, das zu erlauben. Macht er das mit Absicht? Will er nicht zu viel vom Weltmeisterschaftsspiel versprechen? Keine Ahnung. Aber nach D3 entschied er sich jetzt, den Zugläufer-Schläge G6 zu spielen. Was sehr brillant aussieht. Aber nach FG6, Turm G6, was anderes bleibt nicht üblich, HG6 und Damenschläge G6, haben wir jetzt dieses Dauerschach. Und ja, das war auch hier die Partie am Ende. Dingley Renn hat hier das Dauerschach gegeben. Wie wir sehen, die haben beide an sich viel Zeit investiert. Es ist nicht so, dass sie es nicht probiert hätten. Dingley hat ab Ende 23 Minuten und Gukic 24 Minuten. Aber beide entschieden sich fürs Remi. Ja, wird spannend. Es zeigt keiner so seine Karten. Dingley Renn spielt eine Öffnung, die er normal nicht spielt. Mal schauen, was er in dem Turnier so macht. Ich denke mal schon, dass er ein bisschen was probiert oder einfach mit ein paar Stellungen ausprobieren will, um mit denen besser umgehen zu können. Und Gukic, ja, er macht sein Ding. Er hat Schwarz gehabt, Remi. Eigentlich perfekt. Sehr, sehr spannend. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer ihr denkt, hat die Nase in diesem Duell vorne. Viele sagen, dass Gukic einfach sehr gut in Form ist und das Potenzial hat. Einer der jüngsten Weltmeister oder vielleicht der jüngste Weltmeister. Ich bin mir nicht sicher, ob er zu dem Zeitpunkt jünger als Carlson ist. Müsste er aber sein, wenn er den Weltmeisterschaftskampf 2024 im Dezember gewinnt. Oder seht ihr Dingley Renn als erfahrenen Spieler und schon Weltmeister weiter vorne. Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Analyse gefallen, ein bisschen geholfen. Und ja, für weitere solche Videos abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, checkt unseren Merch-Stand aus, also unseren Online-Store für, ja, solche Pullover und Poster, die wir zur Verfügung stellen. und checkt unseren Instagram ab und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.